Das sind sicher irgendwo irgendwo einer. So. Ich such jetzt auch mal nach einer Stelle für meine erste Bauten. Ach, Schwein. Da ist ein Schwein. Ich will erstmal essen, bevor ich was baue. Ach, der Schwein. Ich such nach beidem. Bringt das eigentlich was, das Gras mit einer Hake wegzuhauen? Hat man da eine höhere Wahrscheinlichkeit? Ich hätte jetzt dreimal hintereinander Getreide gerade. Also unser Samen. Ja, dann probier's weiter. Mach ich auch. Ich glaube, aber es bringt nichts. Wie viel hab ich denn? Vier Samen. Also Schafe gibt's hier genug, aber Schweine. Schweine. Weil Hühner waren hier. Ja, das könnten sie ruhig mal einbinden für die Zukunft, so Lammfleisch oder so. Wolf hab ich auch schon. Wolf hab ich auch schon. Da sind auch ein Knopf dabei. Und ein erstes Loch. Wow, das geht auch tief runter. Wow. Ähm, ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Fällt mir grad so auf. Äh. Ich glaub wir sind auf einer recht kleinen Insel. Das wirkt zumindest so. Kann das sein? Ich kann mich überall auf. Zombiefleisch. Damit schaff ich's ein bisschen weiter. Oh, ich verhungere auch fast. Oh mein Gott. Oh, ich hab auch noch zwei. Äh. Ah, okay. Ich bin wieder bei uns. Ja. Seit wann ersättigt einen das Zombiefleisch komplett? Tut's doch gar nicht. Also ich hab jetzt komplett gefüllt irgendwie. Ach, ne Spinte. Jetzt kannst du doch noch zwei Dinger auffüllen. Aber du bist dann ziemlich wahrscheinlich vergiftet oder was auch immer das ist. Dann geht's wieder ziemlich schnell runter, was doof ist. Äh, ich brauch was zu essen. Ich hab bei uns noch was in der Hütte. Rote Pilze. Ich hab einen roten Pilz. Ach, hier sind so viele Schafe. Ja, ja, wer macht den anderen? Das heißt... Hier sind aber richtig viele rote Pilze. Kann man die nicht auch züchten? Ja, mit Bone Meal. Au, ja. Habt ihr Knochen? Ey, das machen wir. Dann haben wir super viel Essen erstmal. Ja. Oh, hier sind so viele Schafe. Oh, hier sind so viele Schafe. Oh, hier sind so viele Schafe. Oh, ich muss jetzt aber zurück und was essen kannst du dringen. Sie haben nix mehr. Ich hab's grad gegessen, weil ich so eine kaputt gegangen bin. Hast du mein Hühnchen? Nein. Das war mein Hühnchen. Oh man. Ach, ich hab hier einen geilen Platz zum Bau, ey. Mitten am See. Hier ist ein See auf der Insel. Und dann nehme gleich das Meer. Und hier sind Schweine. Schwein, Schwein. Oh mein Gott, ich verhungere. Bist doch ein Gentleman. Ja, ich bring ein paar Steaks mit. Ja, dann... Oh, da ist ein Hühnchen. Mitten auf dem Wasser. Ich muss das jagen gehen. Mit der Axt. Ach. Oh ja, ich hab was. Ha. Ja, 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 ja. Also ich hab mein Plätzchen schon für mein Haus. Das hier sieht geil aus. Muss ich mir gleich mal zeigen. Ja, das sieht hier extrem idyllisch aus. Ein schöner See mitten zwischen Bäumen. Dahinter ein kleiner Berg. Und daneben gleich das See. Oh Gott. Oh Gott. Du warst eklige Gereiche. Ich verhungere auch. So klingt man, wenn man verhungert. Okay. Eklig, ja. Ja, man klingt eklig. Oh, komm schon Hühnchen. Werd fertig. Oh, was zu essen. So gut. Das hat ja auch nur drei Dings gebracht. Oh, ich hab die komische Dings dafür, das äh... Die komische Hake? Ja, genau. Oh. Ich find sie auch sehr komisch, muss ich sagen. Hm. So. Okay, ich hab Getreide mitgebracht. 13 Samen hab ich. Ich hab vier. Ich hab jetzt auch noch vier. Ähm... Hast du noch... Ich hab noch... Ich hab kein Dings mehr. Hast du noch? Ne, warte. Okay, ich warte. Dann, 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 dann... Boah, ich hoffe, ich find zurück. Ich bin nur irgendwo am Arsch der Welt. Ja, das ist auch nicht so total, wenn deine Höhne lizardfen corporate-back-pausch von uns. Nee... Warten, ja, so. Ich hab auch gern an nem See traum-müse, und also... Ja, das sieht hier echt toll aus. Das sieht hier echt toll aus. Das muss dir angucken. Auch gemacht. So. Das war grad eigentlich nur, damit ich nicht so zu Jahr laufen kann. Egal... Egal, hm. was noch welche ich habe aber es ist so viel Schafe unglaublich also falls wir mal ein Wollehaus bauen wollen haben wir genug das ist ja zu komisch hier du musst dich aber auch noch eine Verbindung bauen ja ich muss da hin okay jetzt wird es wirklich interessant ich hab nur noch einen Samus nicht mehr aber es passt genau es passt genau jetzt fehlt das Stück hier ist noch was so ich schaue das jetzt zurückgekommen in dem Essen habt ihr beide hat keiner hat einen Knochen oder dann heben wir uns die Pilze noch auf würde ich sagen ich tu die mal hier in die Truhe zusammen mit ganz viel anderen Zeug Zuckerrohr eine Feder was hab ich noch so ist eine schöne Insel hier mir gefällt die ich hab noch nicht viel davon gesehen ich hab um mein Überleben gekämpft mit ein Lühnchen auf dem Seeg ach ich sehe unsere Farm das ist gar nicht so weit weg das wo ich bauen will ja aber trotzdem kein ach da bist du ja ach da ich komme ach hat gepasst du hast fast reingesprungen ich bin reingesprungen ins Wasser wo ist jetzt unsere Tür ach so da ist die Tür ich schmeiß mal hier neun Steaks rein ne oh ja ich muss auch eins essen wo ist die Kohle ach da ist die Kohle Kohle rein war auch noch nicht so viel ich glaube ich grab mich mal ein bisschen in die Höhle rein guck ob hier ein bisschen Kohle ist es wird schon wieder dunkel dann können wir die Nacht damit verbringen stimmt wenn es dunkel ach so es wird dunkel ok aber jetzt muss ich erstmal ein Steak hat ne ne Ding eine Sonne Senze ne was ach so ja hier ja liegt da vor der Tür kann ich der anderen restlichen sieht's auch pflanzen Senzen man oh der Sonnenuntergang die Sonne spiegelt sich im Meer ich seh's nicht idyllisch hinter so einem Feld ja sieht toll aus sieht toll aus wir haben ja ein schönes schönes Inselchen das sind auch mehrere kleine wahrscheinlich da drüben ist eine und da seh ich auch eine der ganz hinten ist auch noch eine ja haben wir viel zu erkunden da freie ich mir ein Boot ja haben wir viel zu erkunden ja ja Sandy kommst du rein ja guck mal rein spring die Nacht aber jetzt nicht ne ne jetzt lass mal hier weiter kram vielleicht finden wir was vielleicht finden wir was Gutes genau das ist viel Gravel ja kann man gebraucht ab die Fackeln wir haben nicht genug Kohle für sowas oder ne ja wir könnten auch aus Holz Kohle machen ich mach noch mal einen zweiten Ofen ich mach noch einen zweiten Ofen ok da mach ich dann ich hab kein ich hab kein normales Holz mehr ich hab auch Holz ich auch ja ok ich hab schon ein bisschen Holz reingetan ok ist doch gleich oder oh sonst egal ach das ist blöd dass sie überall Gravel ist da geht man gar nicht runter äh ok jetzt wird's wirklich dunkel bei mir ja die Kohle ist bestimmt gleich fertig ich bin jetzt hier schon bei einer Erdschicht hoffentlich geht's jetzt hier nicht raus doch da geht's raus da geht's da geht's relativ früh raus glaub ich kann sich auch eine Türe machen haben wir noch einen Hinterausgang naja ich guck grad wo das hingeht auch hier geht's raus genau vor dem Baum zwei Stau wieder zu oh es wird dunkel da mach ich doch auch eine Tür hin das ist ne gute Idee aber haben wir noch kohle fertig fertig kohle eine kohle yeah 16 du hast 16 Kuhn rausgenommen nein 16 Lichter also so dann gib mir was ab ich hab nur 6 oh du isst mein Fleisch ach nein ich hab das Gefühl ich werde dazu gezwungen einer zu sein nein Bischof Natur natürlich habt ihr schon irgendwas gefunden ich bin nur auf Stein getroffen bis jetzt ich hab nichts gefunden ich grab mich aber auch ziemlich systemlos hier durch das hab ich vergessen und geht zu machen ich hab Schuppe 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 hoffentlich kommt jetzt nichts rein Prozent Stein 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 buchst Prozent 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 es war ein bisschen bisschen h h es ist derzeit der Aachen und Schleuten wo aber bist du hier und da Ja, ich weiß nicht. Einfach geradeauswunder. Ja, ich sputtel mich mal dahinter. Ja, so. Die Tipps sind wir eigentlich schon... Hm. Ah, geht noch. Das gibt's doch nicht. Nur Steine. Ja, hier ist außen nix. Und da ist meine andere Pickaxe auch kaputt. Ich muss erst mal wieder zurück, was Neues machen. Ja, ich glaub ja noch mit Holz. Ihr habt sicher schon beide Steine. Nee, ich hatte auch Holz. Aber ich hab noch ne Steining in meinem Inventar. Ich mach mir jetzt ne Stein Pickaxe. Es gibt ja nicht gar nix, ey. Aha, jetzt geht das viel schneller. Nee. Ich mach mir gleich drei Stück. Damit ich auch die ganze Nacht da durch hab. Aber ich brauch noch mal Kohle. Ist da noch Kohle? Oh ja. Es sollt da nebendrin sein, ja. Ja, ich lass noch... Ich pack 6 Kohle noch mal in die Truhe. Ja, ich hab's ja drinnen gelassen, ja. Ich bin ja nicht so wie Sandy und Neymar im Frankes Haus. Ja. Boah. Okay, ich hab jetzt 22 Fackeln. Das dürfte reichen. Ich bin nicht wieder in der Erdschicht. Gibt's ja nicht. Ich bin auf Gravel. Hey, jetzt hab ich Erde. Ich find nicht mal ne Hülle oder sowas, gar nichts. Ich bin jetzt auch auf Erde gestoßen. Ich hab ne Hülle gefunden. Oh, ich komm, ich komm zu dir. Ich hör auf, hier zu kommen. Ja, ich auch. Das ist, denke ich, interessanter als hier zu sein. Ja. Welcher Tunnel ist denn deiner? Ähm, der mittlere, glaub ich. Ja, das siehst du nicht mein Name? Ich war doch auf dich. Oh, ist der Lava. Ja, der nächste, der nächste, der nächste. Hier, hier, komm runter. Ja, genau. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich glaub, das ist ne Schlucht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Du hast einfach gerade runtergegraben. Ja. Ich hab, ich hab richtig, äh, hin und her gegraben. Das ist vielleicht blöd. Woah, 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 woah. Woah, 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 woah. Ich sag's noch. Ich bin schwer dabei. Du hast ja ne Schlucht gefunden schon. Und da ist Kohle. Oh, Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Redstone, Eisen. Für mich gibt's jetzt ne Kohle. Und dann ist auch Metall. Der ist ja riesig. Ich leuchte dir, ne? Das hast du wieder deinen Job gefunden. Soll ich die Lava wegmachen, oder wollt ihr die da haben? Ich hol mir jetzt erstmal die Kohle, ist mir egal. Ach, das leuchte... Ach, ich mach's weg, scheiß drauf. Uh, hier... Ah, Eisen. Oh. Nein, die Kohle. Oh. Ah, sie ist nicht in der Lava gelandet. Nein, die Kohle. Wie so ein kleines Kind. Ja, hier ist wieder Masse Kohle. Hier drin bei mir auch. Und runter. Baust du ne Treppe? Warte, ich bau die ein. Dankeschön. Bitte. Boah, da drüben ich auch über viel Kohle und Eisen und... Boah. Boah, ich leuchte immer. Cool, wir haben direkt einen Eingang von unserem Häuschen hierher. Ist doch praktisch. Ist aber ne komische Schlucht, oder? Mhm. Kann man da noch hoch? Ja. Ja. Sieht so aus. Ich bin schon hoch hier ein bisschen. Ah, ich hab noch eine Fackel. Ich hab noch 20. Aber wir haben jetzt Kohle. Passt ja. Ich hol Metall. Haha. Sehr gut. Boah, wir brauchen eigentlich... Eigentlich ist erstmal Kohle noch richtig. Ja. Aber hier ist auch schon das Ende, oder? Hm. Hm. Ja. Sieht so aus. Hm. Schade. Ich guck noch mal auf der anderen Seite. Lasst mich ruhig allein. Ich komme jetzt zu dir. Ich mache nicht mehr. Ich habe hier schon mal Eisen. Ach, schön ist das doll.